Jo Leute und damit willkommen zurück zu Planet Crafter. Ja, nachdem ich beim letzten Mal keine Ahnung mehr hatte, was ich gemacht habe, doch hier geerntet und ich hatte versucht den Baumpflanzer zu setzen und keine Ahnung hatte, wo dran das lag, aber natürlich bin ich so doof. Platziere einen Baumsammel, um deine ersten Bäume wachsen zu lassen. Muss auf eine Wasseroberfläche gebaut werden. Ja. Das habe ich übersehen. Das hatte ich in der Folge gesehen, wo ich kurz reingeguckt habe. Okay. Machen wir nochmal da welche. Wir brauchen nochmal Platz fürs Essen oben. Wir brauchen hier nochmal Platz. Und das machen wir mal nicht gleich mal sofort. Was hatten wir heute vor? Ich weiß das nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was wir vorhatten. So, wie immer eben. Ich mache das hier oben mal hier so. Hier mache ich das mal so. Dann zack. Zack. Und zack. Okay. Dann können wir nochmal Kürbis reinmachen. Ich habe die, ich glaube auch das geht nochmal im Fall abgeerntet. Wo ich gerade fertig war. Wo ich gerade fertig war. Und ja. Wir müssen den Baumpflanzer auf jeden Fall nochmal setzen. Weil jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Wir brauchen den Baumsammel, den wir gefunden haben. Der war hier drin. Okay, dann brauchen wir hier. Äh, ich habe gerade keine Ahnung mehr. Was wirklich ein paar Tage her ist bei mir. Das brauchen wir. Äh, das brauchen wir. Den Dünger brauchen wir. Die wir hier oben drin haben. Superligierung sind wir. Gar keine mehr, glaube ich, ne? Ne, die hatte ich hier eingepackt. Warten, hatten wir Superligierung überhaupt noch? Ja. Wir müssen die Maschinen leeren. Das müssen wir auch noch machen. Ähm. Was brauchen wir hier für drei davon? Kann auch sein, dass ich die Ressourcen da irgendwo hingetan habe, ne? Und drei davon. Zack. Nee, Wasser war das. Hups. Ich bin da wieder viel zu blöd gewesen. Hm. Eins, zwei, drei. Okay. Ja, aufnehmen tue ich. Guck, ich da echt gerade aufnehmen. So. Dann. Wir brauchen das Wasser dafür. Ja. Lass wir die da rein platzieren. Was völlig komisch ist. Ich glaube, vorher war das gar nicht so, ne? Können wir die auch platzieren, aber... Ich habe gelesen, die sind für irgendwas da. Ich habe gelesen, die sind für irgendwas da. Lass sich aber da. Craft your first tree speeder. Okay, rein damit. Sieht man schon was? Hallo? Und zwei Prozent, drei Prozent, hier. Da wächst das. Okay. Aber roh. Können wir gleich mal Wasser mitnehmen, ne? Wasser und Algen. Wenn wir gerade schon dabei sind. Wenn wir eh schon hier sind, dann können wir die Sachen nämlich mitnehmen, Mama. Gott, ist das eine Menge. Halber ist Inventar schon wieder voll. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ähm... Habe ich das gerade wirklich richtig gesehen da vorne? Oh, cool. War das wohl auch schon in der Early Access? Das, was halt so angefangen hat? Dass halt Koraine und so gewachsen sind? Sehr cool. Das gefällt mir. Ich muss gucken, was wir auf jeden Fall jetzt noch machen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir das KT noch weiter hoch treiben. Das fängt dann zurück, ne? Ähm... Ja. Mal trinken. Den Rest mitnehmen. So. Da haben wir eine Blume drin gehabt. Da brauchten wir keine. Da auch nicht. Haben wir aber reingetan. Ich habe das drin reingesetzt, dass es Saustoff hoch treibt. Da haben wir auch. Normalerweise müsste ich die noch mehr verteilen, ne? Was ich noch machen wollte, ja, das Ding hier vergrößern ordentlich, ne? Und schauen, wo wir das hin machen, genau. Genau, genau. Wo wir das nochmal genauer machen. Stufe 3 haben wir. Stufe 3. Okay, das haben wir. Stufe 5. Back haben wir auch. Genau. Stufe 3. Okay. Okay, das haben wir alles. Was wir auch nochmal machen müssten ist, ähm... Ich krieg mir... Ich krieg mir... Leise... Blasar-Guard... Blasar-Quarz. Hm. Da müssen wir wahrscheinlich noch irgendwas freischalten für. Okay. Ich weiß auch, wir wollten ja auch noch die hier bauen, oder, ne? Und ich wollte das Ding gucken. Dafür brauchen wir die Watts, Superlegionsstäbe. Und halt... Osmium. Den A-Manipulator brauchen wir auch noch. Den brauchen wir auch noch. Den würde ich hier oben tun. Aber erstmal... Ups. Erstmal rein damit. Wasser kann hier rein. Den wollte ich jedem platzieren. Haben wir genug Osmium, oder müssen wir einmal holen gehen? Ich würde drei Stück bauen. Osmium fehlt uns, ne? Ja. Geh mal kurz Osmium holen. Weil wir ja den Bohrer... Die Bohrer da stehen haben. Und den würde ich auch gerne noch austauschen, einfach. Machen wir einen Zweier draus. Ist egal. Genau dafür braucht mir die, die Watts, ne? Ne, dafür brauchst mir auch... Doch, dafür braucht mir auch Superlegierung Stäbe. Genau, dafür braucht mir die. M-M-M-M. So kriegt man hier eh keine Osmium mehr. Müssten wir auch noch einen Zweiten hinbauen, eigentlich. In der Regel... In der Regel... Wäre nämlich besser... Dann, dass wir halt davon nochmal mehr kriegen. Erstmal würde ich aber gerne den da oben bauen. Den hier angeheftet haben, weil wir den... Schon ein bisschen haben, aber den noch nicht gebaut haben. Wird eigentlich mal Zeit. Wir müssen in der anderen Höhle auch noch so einen Mk2 bauen. Weil... Wir nehmen mich zu lieb brauchen. Ähm... Eisen rein. Was hatten wir noch dabei? Titan, Magnesium... Ähm... Rheinamid... Magnesium rein. Silizium... Kobalt... Oh, Kobalt... Oh, Kobalt... Ich würde drei Stück bauen. Eins... Zwei... Drei... Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier... Zwei, drei... Ähm... Haben wir davon noch was? Eins, zwei, drei... Einer... Was kannst du das nochmal? Was braucht man für die nochmal? Spiel für ein Irelium war das, genau. Aber erstmal bauen wir davon ein. Ähm... Wo soll ich den hinsetzen? Wir haben eigentlich hier einen Raum am besten, ne? So, den würde ich... So hinsetzen. Ähm... So. Genau, dann... Craft your first DNA Manipulator. Da brauchen wir jetzt Baumrinde, Mutagenen und... Shanga-Samen. 125, 125 und 125. Okay. Okay, okay. Bleibt das vom Sauerstoff-Multiplikator gleich. Wenn wir hier gerade schon hier oben sind, können wir die einmal leeren. Wir sollten davon auf jeden Fall noch ein paar mehr bauen. Ja. Was kommt da runter? Was kommt da runter? Oh. Das ist ein... Ähm... Ups. Ein... Superlegi-Ur-Schauer. Na klar. Ein schönes Something hier. Übrigens. Junge. Superlegi-R-U-N-K. Wenn sie so, wie ich mitbekommen habe, die spawnen sie ganz schnell wieder. Zack. Zack. Ich werde bestimmt gleich getroffen, wenn ich Peche habe. Oh, guck mal. Die brauchen wir auch noch. Oh, guck mal, die Bäume wachsen. Superlegi-Ur-U-N-K. Gebt das. Oh. Nahrungkritisch. Ich bin gleich tot. Ich wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Aua. Junge, kann das mal aufhören? Gott. Ich glaube, das tat ein bisschen weh. Ich wurde halt voll getroffen, eben. Deswegen habe ich auch mit einmal so viel Schaden genommen. Hm. Äh. Wenn schon Superlegi-Jungen hier liegen, ne? Können wir die einmal einsammeln gehen? Warum halt auch nicht? Und das habe ich auch schon über Gute, Achte, da. Die Bäume, die hier wachsen. Junge. Hallo? Superlegi-Jungen, Superlegi-Jungen. Junge, Junge, Junge. Haben da einen Schauer runter. Natürlich wurden wir getötet dadurch. Eigentlich, weil wir zu viel Schaden genommen haben. Und dann hatten wir kein Essen dabei. Ja. Hm. Naja, passiert. Da haben wir noch was. Bisschen Platz habe ich noch. Bisschen Platz habe ich noch. Warum hat denn das gerade so geleckt beim Laden? Keine Ahnung, wo noch was ist. Ja, ich würde die hier reinpacken dann. Riste dich hier rein damit. Äh, zwei davon brauchte ich noch. Ich brauche, wie viel? Ein, zwei. Ein, zwei. Und zweimal Iridium. Ein, zwei. Oh, Beanstalk ist freigeschalten. Nice. Ups. Okay, dann. Wie gesagt, brauche ich davon noch zwei. Dann haben wir wenigstens genug dafür. Zack. Dann können wir nämlich... ...ja, nicht immer alle drei machen. ...ja, was haben wir? Rein damit. Den würde ich... ...dann gehe ich jetzt mal hier oben rein. Ähm, Beanstalk. Dafür brauchen wir aber eine Bienenlarve. Und da wollte ich halt auch nochmal gucken, ne? Aber haben wir Platz 2 gehauen, ja. Erstmal wollte ich... ...woanders hin. Von den Sachen, die mir auch noch was brauchen. So. Ähm. Nämlich... ...die Superlegierung holen gehen. Die wir hinten drin haben. Ich glaube, wir müssen zweimal hin, ne? Also hin und zurück. Ähm, ja. Zack. Jetzt kommt wieder irgendein Sturm. Aber was war das denn eben? Junge, Junge. Dieser Schauer. Dieser Schauer, Schauer. Oh. Kommt wieder irgendwas runter. Neue Materialien. Und das spawnt ja immer da, wo wir halt gerade waren. Und da kommst du dann ja auch runter. Aufblickt denn das gerade so. So. Ja, da haben wir auch noch was drin gelassen, ne? Zack. Die Superlegierung, ne? Den Rest müsst ihr gleich raus holen. Was haben wir hier? Ne, ungewöhnlich wieder. Ungewöhnlich. Wieso liegen die hier jetzt rum? Also hier drin, mein ich. Hm. Zack. Naja, wir müssen ja hier nochmal hierher. Wir müssen ja so oder so nochmal hierher. Also passt schon. Okay. Kommt ja immer noch was runter, ja. Das ist Iridium. Scheint so, ne? Das scheint Iridium zu sein. Der da gerade runter kam. Kobalt. Also das sind die Normalen, glaube ich. Wollte ich mal vermuten. Hier, wo wir halt hier zuletzt gespeichert haben, ne? Kommen die denn da runter? Oder wie genau ist das? Ah. Gott, dieses Hirn und Herrschaffen, ey. Das haben wir geschafft. Nicht viel, aber wir sammeln wollen schon wieder. Gut, wir haben den A-Manipulator gebaut. Ähm. Den Baumpflanzer. Das ist die Bakterienprobe. Ähm. Woll. Das ist voll. Ich tu das erstmal hier rein. Schwefel. Hm, nochmal hier rein. Das packe ich erstmal hier rein. Und Stab. Hier packe ich das rein. Ähm, ja. Ungewöhnliche Larven, gemeine Larven. Wir inkubator verworren. Wir werden, um neue Arten zu erschaffen. Draußen zu finden, wenn das in der Knie-Stadium reicht ist. Den Inkubator. Wann kriegen wir den denn? Schmetterlingskoppel. Baumsamen. Aquarien-Stufe 2. Insekten-Verteiler-Rakete. Kilotonne, ey. Hm, was ist denn das Ding? Ah, hier ist er, ne? Im Inkubator. 5 GTI brauchen wir dafür. Haben wir ja fast fertig. Das haben wir ja fast fertig. Wir müssten gucken, dass wir nochmal Wärme und Luftdruck pushen, ne? Wärme und Luftdruck. Würde ich dann mit Raketen nochmal machen. Packe ich. Das erstmal nochmal hier rein. Mit Raketen. Habt ihr irgendwo noch? Zwei Stück würden reichen, würde ich mal so sagen. Erstmal. Ich weiß allerdings mal, was wir dafür brauchen. Erstens ein paar Tage. Ähm, kleinen Moment. Okay. Keine Ahnung, was das gerade war. Bäh. Oh. So. Haben wir jetzt so viele freigeschaltet? Äh. Asteroiden. Flanken. Gott, wir müssen uns das zweite Mal machen, ne? Kobalt-Silizium. 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 Okay. Ich brauche noch eine dritte, na dann. Kobalt und Silizium. 1-2, 1-2, 1-2. 1-2. Sack. Hallo, willst du mich gerade verarschen? Ich habe gesagt, 1-2, 1-2. 1-2. Äh, hat mich hier noch Rinde drin? Jupp. Und die hier, okay. Dann haben wir das. Äh. 1-2, 3. Hallo? Manchmal macht er das nicht, wenn ich drücke. 1-2, 3. Dann haben wir die. Dann. Brauchen wir noch eine Superlegierung. 1-2, 3 Mal. Äh, zwei Maloran. Und ein Stab. Äh. Das wollte ich. Das war die von Wirt schon wieder gewesen. Er regnet, er regnet. Mal wieder, mal wieder. Okay, was dringen sollen, ne? Ähm. Zack. Kann ich? Nö. Tschüss. Ja. So macht man das. Eigentlich nicht, aber ja. Warte mal. Mal was gucken. Ähm. Ein Samenverteiler-Rakete würde ich können noch ausschießen. GPS sind Stufe 3 müssen. Stufe 4 können wir machen. Karteninformationen haben wir. Drohnen will. Das brauchen wir eigentlich noch nicht, aber könnten wir eigentlich auch schon machen. Brauchen wir eigentlich nicht, können wir aber eigentlich schon machen. Okay. Läuft bei mir. Naja. Ähm. So, was trinken. Zack. Nochmal kurz was essen. Zack. Ups, falsche Richtung. Falsche Richtung gegangen. 1, 2. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel wir dafür brauchten. 1, 2, 3, 4. Schauen wir mal. Wie viel habe ich jetzt gemacht? Oh. 3 Stück. Zack. Wie viel brauchen wir dafür? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. Okay. Machen wir davon noch. 3 Stück, ne, glaube ich. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Äh. Okay. Braucht nicht den zweiten Planer, ne? Den hier. Jetzt gibt es sogar schon den dritten. Ich mach mal jetzt mal den hier. Äh. Eine davon. Ein davon. Ein davon. Ein davon. Und ein Magnesium. Zack. Dann machen wir das fertig. Sehr schön. Können wir nämlich drei anheften. Ähm. Irgendwas würde ich noch machen, ne? Keine Ahnung, wann wir die machen können. Müssen wir gucken. Ähm. 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 Aber so schnell steigt das trotzdem nicht. Müssen gucken, was wir noch machen müssen. Ähm. Die Vierer. Wir können schon drei anheften, damit. Ach so, ein plus zwei dann, oder wie? Okay. Äh. Wie viel haben wir jetzt von den Chips? Zwei. Und noch zwei. Eins, zwei. Und dann... ...brauche ich einmal den Kompass. Der ist hier. Hey, jetzt hab ich's hier weggemacht, die Idiot. Aber naja, wir brauchen hier nur den Kompass dafür paschen. Ähm. Ein zwei. Eins. Wir brauchen jetzt Silizium, ne? Eins davon. Ähm. Wir brauchen eine Superlegierung. Schrank. Ein zwei. Bakterien. Muss ich auch gleich mal gucken. Stell ich den einmal hier kurz. Und zack. Können wir den einmal rausnehmen wieder. Dann brauchen wir dafür das. Ein zwei, drei. Ein zwei, drei. Nehme ich den einmal mit. Baumrinde brauchen wir. Schwefel und Kartusche haben wir unten. Und jetzt Schwefel und Kartusche noch. Äh. Kartuschen. Hätte ich wohl nochmal drin. Schöner vergessen gehabt. Oh, hier hatten wir auch noch einen. Naja. Kann man ja gebrauchen, ne? So. Machen wir das. Dann einmal herstellen. Milch. Was wir auch mal machen können, ist das hier. Dafür brauchen wir aber. Davon was. Davon was. Hehehe. Hehehe. Eine Liste, ne? Ähm. Okay. Zwei Stück brauchen wir. Ich würde gerne drei haben dann. 1, 2, 3, oder ich mach vier. Äh. 1, 2. Toll. Toll, toll, toll. Und wie viel brauche ich denn jetzt davon? Ähm. Ähm. 2, 4. Nachtstück. Also viel Stück noch. Wir müssen hier auf jeden Fall einen Cut 2 hinbauen. Dass wir halt schneller den Ertrag kriegen. Einmal raus damit. Na gut. Aber wir haben noch. Noch Stellen, wo wir nämlich rein können. Aber wo wir freispringen müssen. Ja. Da müssen wir nämlich auch mal gucken. Vor allem, wie funktionieren die dann? Das ist halt auch so die Frage. Ähm. 1, 2, 3, 4. Ich bin dumm. Zack. 1, 2, 3, 4. So. Ich bin zu blöd manchmal, ne? Habe ich jetzt nur zwei gemacht. Ja. Ich schieße erstmal die Raketen hoch. Hm. Ich hoffe, ich habe auch alles dabei jetzt. So. Einmal hoch da. Dann zünden wir die einmal. Tschüss. Sorry. Dann zünden wir die. Schön dagegen. Na klar. Äh. Und. Die wollte ich noch machen. Dann haben wir die schon. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay. Ähm. Wir haben die schon hochgeschickt, Mirrell. Das. Naja. Wir haben gleich die Vierer gemacht. Ist egal. Das haben wir und das haben wir. Okay. 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 Wir brauchen unbedingt mehr Schwefel, ne? Wir brauchen unbedingt mehr Schwefel. Hm. Unbedingt. Zack. So. Können auch jetzt. Junge. Maschinenoptimierer Stufe 2. Okay. Okay. Dann haben wir das Ding. Dann haben wir das. Hier müssen wir nochmal rein. Aber hier ist auch nochmal ein Springbereich. So wie hier. der Optimierer Stufe 2. Was kostet der denn? Obsidian? Minus 150 Energie. Was? Klar bringt er die Leistung ab, aber wie viel? Ich wollte das auch nochmal machen, ne? Kann ich das so? Da wollte ich nochmal gucken. Ähm. So. So. Da wollte ich nochmal gucken. Einen haben wir gerade noch dabei. Wir brauchen noch mehr Superlegierung. Ich wollte gucken, was der bringt. Äh. Ein, zwei. Ein, zwei. Okay. Das hat er alles. Bild in Autocrafter. Äh. Superlegierung. Stäbe. Haben wir halt zu wenig Superlegierung dafür. So funktionieren sie also. Alles klar. Sollte das machen. Erstmal. Wir haben auch zu wenig Späfel. Wir haben alles zu wenig. Mist. Äh. Ich tue die erstmal weg. Zack. Dat hier. Auch nochmal weg. Wasser wollte ich auch wegtun. So. Immer was Mampfen. Wir müssen die auf jeden Fall noch ersetzen. In Zweier. Was haben die gekostet? Superlegierung oder so, ne? Hm. Da. Genau. Superlegierung. Dünger. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. So. Haben wir rein damit. Die da rein. Und die da rein. Und die da rein. Okay. Na gut. Dann würde ich aber erstmal sagen. Äh. Wollen wir mal ganz kurz was gucken. Sind wir hier bei 35 Minuten. Wollen nicht nach unten. Ich wollte nach oben eigentlich. Äh. Okay. Nächste Folge ist da fertig. Naja 5GTI. Dann können wir einen Inkubator bauen. Aber ich würde sagen. Ich würde hier erstmal Feier machen für heute. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Planet Crafter. Und dann gucken wir mal. Vielleicht sprengen wir dann einfach eine der Höhen mal auf. Oder zwei. Und schauen was da drin ist. Na gut. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020